ist auch schlimm dass ich überall viel zeug rum plärren höre ja danke wie viele schalter sind da wo dich hat es aber jetzt böse erwischt so drei schalter teleport irgendwas ist aufgegangen oh du bist ziemlich garstiger schleim gewesen deswegen spiel ich bei dir mal ein bisschen aufs und level ab für ihn ich würde sagen weiter aufs schwerter da kriegt er nämlich fast und mehr leben ich höre stein auf stein vom westen stein 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 das hat hier was aufgemacht und das hat den weg aufgemacht aber stein auf stein im westen wäre ich hier irgendwo das war der teleporter also dass die bösen schnecken ja das sind die bösen schnecken und das sind zwei davon also ja ich kann sie ein bisschen aus manövrieren und ordentlich schlagen und weg so dann hab ich zu essen au sie ist vergiftet und krank das ist auch übel gehen wir erstmal auf nummer sicher hier sind wir nämlich wieder beim heilstein ja du bist echt nervig wow da hatte ich glück so jetzt ist der weg jetzt können wir uns ganz in ruhe das zeug hier ansehen passantensachen und ein sack mit einem knochen amulett federfall das nehme ich gerne du bist ein sparkling spell kostet 15 mana das geht ja noch und ich hätte den hut öfter mal benutzen sollen und ein schleimball so münzen und weitere schriftrollen können mal da rein ich frage mich jetzt gerade kann ich ja ich könnte die da werfen was ich immer noch nicht kapiert habe ich habe stein auf stein im osten gehört äh im westen also ich fand hier die you are the grinding of stone and stone from the west das wäre ich da drüben das ist nämlich auch das äh fallen rätsel so die kann ich wohl wieder mitnehmen und hier bin ich jetzt wieder hier ja gut das letzte was ich noch nicht rausgefunden hatte wo der teleporter hinführt darum muss ich dafür ja ich habe gemerkt das licht geht schon wieder aus ok das führt mich hierher zurück und das führt mich wieder hier hin ach also ja federfall ist aktiv das heißt ich kann hier einfach runterspringen aber ne hier hat sich nichts getan und ja federfall ist deaktiviert worden wie viel wiegen solche dinge eigentlich gar nichts also kann ich die ruhig mitnehmen weil sie auch so schön stacken battle axe benötigt axe skills den hatten wir gedrückt der hat hier aufgemacht und ja hier unten waren wir ja schon mal das einzige was ich mir jetzt vorstellen könnte wenn da steht im westen ist was passiert westen ist ja hier eigentlich von hier aus gesehen dass da im westen die statu der gefallenen verschwunden ist da kommen wir da hoch und sind jetzt schon wieder hier ja gut der sache gehe ich noch auf den grund dafür werde ich jetzt hier mal mein quicksave machen also mein autosave und muss jetzt bis da bis da ah da hier hin zurück hier hat sich nichts getan hier hat sich nichts getan hier ist auch kein knopf oder so hier sind wir nur hier die dumm genau hier Einmal Federfall Und noch mal Federfall Und nö Gut Dann würde ich sagen Mache ich hier mal einen Cut Wir sehen uns dann wieder Am Autosave-Ord, also am Blauen Kristall Und dann muss ich mir überlegen Wo ich von hier aus Weiterkomme Ja Hätte ich mich hier nochmal umsehen müssen Aber gut, das Muss dann bis zum nächsten Mal Bis zur nächsten Ausnahmesession warten Vielleicht hat sich auch hier Was getan mittlerweile Nachdem wir die ganze Schalter und alles gedrückt haben Aber gut, das sehen wir dann beim nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal